HÄH? Nein sind wir nicht? Was ist das für ein Schwachsinn? HÄH? Ist das jetzt blöd? Ah ich würde die Treppe hier runter nehmen müssen oder? Hä? WÄÄH jetzt ganz dumm oder so? Ja hier runter. Dann scheinbar... Oh da ist es offen sogar. Okay dahin, da runter. Da durch. Ich verstehe sogar, dass da ein Stack ist. Die anderen sind nur einigermaßen gut beieinander. Ah der setzt sich schon wieder super an. Davon brauche ich einen Kaffee man. Okay. Kaffees. Ja und was ist das da? Finder. HÄH! Finder. 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 Komm mit rein, Junge. Ah ich werde. Finder. Wir sind ja los. Nein, ich bin tot. Warum bin ich tot? Was hat mich jetzt erwischt? Okay, Auto speichern, laden. Wir haben endlich das Artefakt, die die Librarierin gefunden hat. Und vielleicht war es die Grunde der Visions, die die Librarierinnen haben. In dem alten Dark-Angels-Ship haben wir eine Conservation-Chamber gefunden, die die alten Geneseid von der Legion des Lion. Ein Gift des Königs des Königs. Selbst als wir diese Erinnerung fehlten, ein terribler Brudelord, die letzte Erinnerung der Genestealern, hat uns beschlosset. Und wir haben ihn nur mit viel Schwierigkeiten gewandt. Unsere Brüder kamen zur Unterstützung. Und mit ihnen haben wir die Kalibans geschlossen. Das ist die Frage, wo hat er gespeichert? Die Sauer. Hallo? Wo sind wir? Wo sind wir da auf der Brücke? Scheiße. Okay. 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 Und wir maximisieren die Zahl der Destruktion. Wir brauchen ein Modifikatelefon. Eine Location. Bist du mich verarschen? Warum war da jetzt so einer? Soll das ein Witz sein oder so? Und ich weiß, was jetzt da gleich kommt. Drei, zwei, eins. Also nochmal. Ne, wir gehen jetzt falsch rum, ne? Wobei, wir könnten auch einen anderen Weg mal probieren. Okay, mir geht es mal hier rum. Mal schauen, ob es hier einfacher ist oder besser geht. Ich hör schon wieder Artefakte wispern. Na komm, komm. Geht es dann da durch? Da, Artefakt. Bedeutendes Relikt gefunden. Na. Was sollte man? Unten rum. Kanonenbatterie. Wir gehen jetzt mal über die Kanonenbatterie. Komm schon, komm schon. Ich will euch kochen sehen. Wollte ich einfach mal probieren. Warte, warte, warte. Ich hackte es. Ihr müsst mich verteidigen. Wobei ich kann auch Leute hacken lassen, ne? So weit ich weiß. Okay, das wird auf jeden Fall wieder ein längeres Kapitel. Vielleicht muss ich hier dann zwei Teile draußen machen. Ne, ich muss einfach nur geradeaus durchgehen. Aber wir könnten halt überall Gegner auftauchen, so wie es ausschaut. Ja, der hält aber auch aus, Alter. Was soll denn der scheiß? Äh, einmal mein Fuzzi. Und nur einmal sich selber. So, und jetzt auf damit. Oh, ist er. Oh, mir hört nochmal ein Artefakt. Hinter der Tür? Ah, da. Kleines Relikt. Ah, okay. Wir müssen jetzt. Wir müssen in der Runde. Ah, okay. Da sind wir jetzt bei Area 4. Rebooting Radar. Was war denn das? Da machen wir zu. Ventilationsschächte. Okay. Okay, wir hören auf jeden Fall wieder das Drecksvieh. Jetzt kommt wieder die Sequenz, oder? Ja. Ja, kennen wir ja alles. Überall die Idioten, die rumlaufen. Hier machen wir zu, dass keiner durchkommt. Sehr gut. Hau rein. Warte, warte, warte. Verriegeln. Sehr schön. Perch the Witch, Alter. Hört sich geil an. Warte, warte, warte. Ich will das jetzt mal ein wenig taktischer machen. Hier haben wir zugemacht. Kommt her, Leute. Zack. Hacken. Okay, bringt gar nichts. Dauert zu lang. Schießt das Ding jetzt eigentlich noch auf mich? Nee. Hier, lass mal zu. Wir müssen da runter, denk ich mal. Wir sind noch gut beieinander, obwohl ich noch nie. Woah, klick ab. war da ein raketenwerfer oder was ist da explodiert Komm Leute rein ins Getümmel Komm 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 Missionsziel erfüllt ok Was ist jetzt? Nett ne? Rechter Schulterpanzer Mission confirmation received Ehm Leute ich glaube der da drüben ist wichtiger Scheiße Nochmal alter Psy Tor ich brauch ein Psy Tor alter Boah alter Boah leck ey Puh Und los gehts Wirst du meine Dinger dann ausladen oder nicht? Haltet drauf Wir müssen Höh? Scheiße Scheiße wir müssen doch lang Gäste 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 Boah, schneller, schneller, Mann. Alter, dieses Geräusch macht mich fett. Heile ihn. Oh, das ist offen. Los geht's. Leute, wir müssen hier raus, wir müssen hier raus, Mann. Oh, das ist offen. Was ist denn das hier? Kommt da jetzt so ein Bohrraketending rein oder was? Ach so, die bombardieren gerade das Teil. Und jetzt? Missionszielöffel. Rechte Beinschiene. Geil. Weiter. Ah, okay, das war's jetzt dann. Drei Stück Hammer. Ah, Edzert, ich hab einen vergessen so auszugeben, so'n Scheiß. Was sind wir hier? Hecken verringert. Psy-Resistenz mal zwei. Fettig. 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 Fettig.